Musik Wir haben heute Wachshände gemacht und die haben wir auch noch farbig gestaltet. Als erstes haben wir unsere Hände abgewaschen mit Spülmittel und Wasser und dann wurde die Hand in Wasser gesteckt und dann wurde die immer wieder abgekühlt und das wurde mehrmals wiederholt und dann kam die Wachshände raus.